Worum geht´s gerade? Im Sub-Q-Screen, 20 und 20, wenn dann die Lasse zurück. Yo Leute, was geht´s? Wir sind froh hier am Start mit einem neuen Video. Heute wieder ein Vlog. Wir spielen heute wieder im Stadion Hohe Luft für SC Victoria. Heute unser erstes Spiel, da ist auch Niki sein Bruder, Max sein Bruder war das. Auf jeden Fall, heute wollen wir die ersten drei Punkte holen. Die ersten zwei Spiele haben wir verloren. Heimspiel 3-4 verloren. Das Auswärtsspiel war ich nicht da, weil ich in Karlsruhe wurde auch leider 2-0 verloren. Heute sind aber alle da. Wir spielen heute glaube ich mit 3er Kette hinten. Fünf in der Mitte, zwei vorne. Ich glaube so irgendwie. Oder 3-4-3. Auf jeden Fall, heute haben wir auch einen Landesliga-Torwart. Der hat ehemalige Landesliga gespielt. Sehr geil. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo und Like da. Und jetzt viel Spaß mit den Highlights und mit dem Vlog. Da bin ich auch noch kurz mit rein, ohne dass du überschneidest. Geil. Viel Spaß mit dem Vlog. Ich habe ein bisschen den Oberschenkel gezerrt beim Kicken. Nein. Auf. 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 Wenn du schon so wackelst, während der auf deinem Bein liegt, geht das nicht. Jetzt habe ich ihn, okay? Doch nicht. Alter! Klaus, ich bin scheiße. Dafür mach ich jetzt den Thorn. Um Chef, Knick! Dafür mach ich jetzt den Thorn. Also Jungs, ich sage Bescheid. Oh, die Schilder packen alle. Ist doch nicht live oder ist der Block? Nein, Block. Ah. Grüßt euch. Das ist echt geil. Wow! Let's go back! Genau das in K 기building istuell. Das ist Mutta. Geist doch klar, dass wir es ausgelenkt. Mit案anya geht das nach kurzem. Das ist sie zuhause. Ja, das ist wirklich etwas längere Zeitge Neuen. Also habe ich jetzt unterstützt. Nach dirst du, das ist voll Precis aus. Nach demiraum weiter enthusiasts. Nachdem eh ich seinen Unterần mehr NPT cradle. Den meisten geht nach anh 2007. 13.18. Das ist das Stadion. Und das ist die wichtigste Botschaft des heutigen Tages, Stop War. Das steht für sich und das ist auch gut so. Das ist der Mann, der jetzt hier an den Ball kommt. Das ist der Mann, der jetzt hier an den Ball kommt. Und jetzt aufs Tor von Eimsbüttel zustimmen. Das ist der Mann, der jetzt hier an den Ball kommt. Ja! 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 Schrobel, 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 Schrobel! Der Pass ist herausragend auf Alex. Das ist Weltklasse, Leute, in der Kreisklasse. Ein bisschen zu steil, aber die Idee von Dennis überragend. Auf den startenden Alex. Ja! SSO, 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 SSO! Kaffi! 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 Alex! Ja! Ja! Oh, oh, oh. Vorsicht, die nächste Gelegenheit. Das ist überragend. Ist das das 3-0? Das ist nicht das 3-0, oder? Nein! Und dritte Gelegenheit. Ja! Was für ein Scheiß-Ohr! Ja! Das ist das 3-0! Mach ihn direkt! Mach ihn direkt! Mach ihn direkt! Ja! 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 Oh! Ja! Also, als erstes starkes Spiel von beiden Mannschaften muss man sagen, der SSO auf jeden Fall stärker und effizienter im Abschluss, muss man sagen. Zwei starke Tore durch starke Installation von Alice Keck. Das dritte Tor, ein Abstauber, trotzdem stark gemacht. Chef Strobel, die rechte Seite stark beackert, defensiv wie offensiv, Trimex dennoch relativ passiv gewesen, relativ laufarm, hat sich auch auswechseln lassen, später wieder reingekommen, auch stark wieder reingekommen. Der SSO mit einem starken Pressing entgegen dem Ball, die beiden Achter sehr stark agiert im Mittelfeld, vor allem der 22er, der später reingekommen ist, hat sehr gut Druck gemacht auf der rechten Seite. Der erste Tag des Spiels von beiden Mannschaften. Wir freuen uns auf die Freitag der Halbzeit! Trimex! 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 Tr Wir sind in der Welt! Wir sind in der Welt! Einer geht noch! Einer geht noch! Einer geht noch frei! Einer geht noch frei! So, das war's. Wir gehen jetzt noch saufen und feiern. War heute nicht so zu früh meiner Leistung. Waren ein paar weniger gute Aktionen. Kein Tor gemacht. Hätte davor überlegen müssen. Wenn ich es mache, ist es geil. Wenn ich nicht mache, ist es scheiße. Es war scheiße. Hänger mich gerade ein bisschen selber. Nicht so trotz. Die Jungs haben wieder abgeliefert. Erster Sieg, richtiger Sieg. Und ja, dann gibt es vielleicht noch einen kleinen Ausschnitt heute Abend. Ich weiß es noch nicht. Und wenn ihr euch gefeiert habt, ist es gerne ein Abo und ein Like da. Ich küsse euer Herz. Haut rein! Du! Ja! Nich! Ja! Ja! En! Wie bis jetzt mal! ization! Hallo! Das ist ein Po. Ja! Da ist die ems Animation gar nicht so gut! Mein Ex! Le Vie ziga! Le Vie ziga! Ah! Vielen Dank.